Wandelndes Blatt Wandelnde Blätter gehören zu den Gespenstschrecken. Sie sehen Blättern täuschend ähnlich. Wenn sie sich nicht bewegen, kann man sie nur schwer von echten Blättern unterscheiden. Wenn sie einen Ast entlang krabbeln, bewegen sie sich oft in einer Art Stop-and-Go, wodurch sie so aussehen wie ein Blatt, das vom Wind hin und her bewegt wird.